Wir haben unser Selbstbewusstsein bereits in den vorausgegangenen Spielen gezeigt, besonders in der Qualifikation. Was uns Selbstvertrauen gibt, ist die Tatsache, dass wir das Spiel gegen Nordirland kontrollieren, aber auch das Tempo diktieren konnten. Man konnte spüren, dass unser Selbstvertrauen sehr hoch war. Deutschland hat sehr hohe Qualität, dennoch können wir dieses Spiel kontrollieren. Wir wissen aber, dass die Deutschen ein sehr harter Gegner sind. Wir haben aber unsere eigenen Stärken.